und hat gesagt, dass er sich freut, dass er in Freiheit ist. Christoph, dann lass uns noch einmal auf Putin belegen. Entschuldigung, wir haben hier einen Mann, der uns etwas stört. Fuck you, Germany! Der berückt sich schon wieder. American, fuck you! Wir machen uns jetzt so. Dieser Mann hat uns gerade als deutsche Faschisten beschimpft. Aber das müssen wir kurz übersetzen, entschuldige bitte. Der kam jetzt hier vorbei, hat uns als deutsche Faschisten beschimpft und hat auch noch unflätig sich dann gegenüber Amerika geäußert. Wir haben das gerade gehört. Aber ich muss sagen, solche Männer wie diese hier sind die absolute Ausnahme in Russland. Normalerweise können wir...